Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Parlament erklärt, der Podcast, der Ihnen einen Blick in das österreichische Parlament ermöglicht. Mein Name ist Katharina Brunner. Und ich bin David Riegler. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einer besonderen Österreicherin. Sie ist die Namensgeberin für eine gemeinnützige Stiftung, die jedes Jahr herausragende Projekte im Bereich der Wissenschaft und Demokratieförderung auszeichnet. Wir reden über Margareta Lupak. Doch wer war Margareta Lupak? Und wie ist es zur Margareta Lupak Stiftung gekommen? Diese Frage haben wir Barbara Blümel gestellt, denn sie ist die Geschäftsführerin dieser Stiftung. Die Margareta Lupak war eine ältere Dame, die sich 1997 an das Parlament gewandt hat, telefonisch, und zwar an das Büro des Herrn Präsidenten, damals Heinz Fischer. Und gemeint hat, sie möchte all ihr Vermögen dem Parlament vermachen, weil das Parlament für sie so wichtig ist. Damit hat Frau Lupak erst einmal für Verwunderung im Parlament gesorgt. Niemand hat damit gerechnet, dass dieser Anruf ernst gemeint war. Doch Margareta Lupak hat auf ihren Wunsch bestanden. Sie hat aber dann immer wieder angerufen und war sehr insistierend. Und daraufhin hat man sich dann gedacht, naja, wenn sie das wirklich ernst meint, dann muss man natürlich intensiver mit ihr Kontakt aufnehmen und mit ihr sprechen und schauen, ob das auch valide ist, was sie sagt. Und das war alles valide, was sie gesagt hat. Und sie hat dann ihr Testament gemacht, handschriftlich, das gibt es auch natürlich noch. Und in dem steht drinnen, dass ihr Vermögen für die, der Republik Österreich, für die Zwecke des österreichischen Parlaments vermacht werden. In ihrem handschriftlichen Testament hat sie folgenden Satz niedergeschrieben. Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, unbeeinflusst und im Ernst, verfüge ich, Margareta Lupak, letztwillige Anordnungen. Da ich keine Nachkommen habe und mein Leben immer für mein Vaterland Österreich eingesetzt habe, setze ich als Alleinerbin die Republik Österreich ein. Mein Vermögen ist für die Zwecke des österreichischen Parlaments zu verwenden. Der Grund dafür, dass sie das Parlament so geschätzt hat, liegt in ihrer Biografie. Margareta Lupak wurde 1910 in Wien-Rheindorf im 15. Wiener Gemeindebezirk geboren. Sie hat die Machtübernahme der Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Margareta Lupak hat in den Gesprächen mit den Parlamentsmitarbeitern erzählt, sie habe während des Zweiten Weltkriegs freiwillig als Rotkreuzschwester gearbeitet. In einer anderen Erzählung hat sie geschildert, sie habe die große Katastrophe von Bombenangriffen auf den Philipshof am heutigen Helmut-Zilk-Platz miterlebt und geholfen, die Verwundeten zu versorgen. Am 12. März 1945 wurde der Philipshof von mindestens fünf Bomben getroffen. Der darauffolgende Brand zerstörte das Gebäude vollkommen. Hier gab es die höchste Zahl von zivilen Todesopfern in einem einzigen Objekt in Wien. Allein im Luftschutzkeller, in dem schätzungsweise 230 Personen Zuflucht gesucht hatten, kamen 140 Menschen ums Leben. Aus den vielen Gesprächen, die Margareta Lupak mit Parlamentsbediensteten geführt hat, geht hervor, dass sie das Parlament der Zweiten Republik als wichtigen Ort für gewaltfreie Debatten wahrgenommen hat. Es war ihr ein wertvolles Gegenstück zur Brutalität des faschistischen Systems der Nationalsozialisten. Und aus den Erzählungen weiß ich, dass sie immer gesagt hat, für sie ist dieses Parlament der Zweiten Republik besonders wichtig, aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs heraus. Und für sie ist besonders wichtig, dass hier der Ort ist, wo verschiedene Anschauungen miteinander reden und zu einem Kompromiss finden und Gewalt keine Option mehr ist und auch der Respekt voreinander. Als Kind und Jugendliche hat sie in ärmlichen Verhältnissen gelebt. Doch im Alter von 70 Jahren hat sie von einer Freundin ein Erbe bekommen. Ein großes Haus im 19. Wiener Gemeindebezirk. Trotzdem war sie stets sparsam, egal wie viel Geld auf ihrem Konto war. Sie war nie verheiratet, hatte keine Kinder und hat viel gearbeitet. Wenn man sich ihren Versicherungszeiten Auszug anzieht, kann man sehen, dass Margareta Lupak beinahe ihr ganzes Leben gearbeitet hat und die meiste Zeit davon selbstständig. Sie war nicht verheiratet und hat über einige Jahre hinweg lang als Inkasantin beim österreichischen Wirtschaftsverlag gearbeitet. Das heißt, sie hat Abonnements und Inserate an Gewerbebetriebe verkauft und hat dann das Geld, oft einige tausend Schilling, in ihrer Tasche, ohne besonderen Schutz, von A nach B transportiert. Sie war eine sehr durchsetzungsfähige Frau und hat sich immer durchgeschlagen. Und trotzdem war es für sie wichtig, dass nicht der Stärkere alles gewinnt und das Sagen hat, sondern dass man da einen Kompromiss findet. Und das hat sie im Parlament, soweit ich das weiß aus den Erzählungen, sehr geschätzt. Auch im Parlament hat sie sich durchgesetzt. Und ihr Wunsch, ihr Vermögen an das österreichische Parlament zu vererben, wurde akzeptiert. Am Ende ihres Lebens, im Jahre 1999, hat sie ein Vermögen von ca. 1,5 Millionen Euro aus dem Ersparten und den Erbschaften an das Parlament vermacht. Sie hat einmal scherzhaft gefragt, na, werdet ihr mit dem Geld einmal die Fassade neu streichen oder werdet ihr alle ein neues Kostüm bekommen? Doch das hat man natürlich nicht gemacht. Die große Frage war nun, wie kann man das Geld so einsetzen, dass es im Interesse von Margareta Lupak verwendet wird. Im Parlament wurden verschiedene Möglichkeiten besprochen, bevor man sich für die Stiftung entschieden hat. Und man hat sich dann überlegt, was waren ihre Anliegen, was wollte sie. Und aus den Gesprächen heraus haben dann die zuständigen Leute entschieden, dass sie offensichtlich wollte, dass das allen zugute kommt. Und deshalb wurde dann die gemeinnützige Margareta Lupak Stiftung ins Leben gerufen. Die Stiftung besteht seit 2004 und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Demokratie, Parlamentarismus und Toleranz im politischen Diskurs, in Fragen der Politik, der Kunst und der gesellschaftlichen Entwicklungen zu fördern und zu festigen. Um diese Punkte umsetzen zu können, werden hervorragende Verdienste um den Parlamentarismus beziehungsweise die Demokratie ausgezeichnet. Es werden Forschungsarbeiten unterstützt, die sich mit der Geschichte und Entwicklung des österreichischen Parlamentarismus auseinandersetzen. Jedes Jahr gibt es abwechselnd den Demokratiepreis oder den Wissenschaftspreis. Beim Wissenschaftspreis auf der wissenschaftlichen Ebene, das heißt, es werden ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit Themen aus dem Bereich beschäftigen, ausgezeichnet. Und beim Demokratiepreis geht es darum, dass Initiativen ausgezeichnet werden, die innerhalb der Zivilgesellschaft und innerhalb der Gesellschaft an sich wirksam werden für das Thema Demokratie und Parlamentarismus. Und da ist es natürlich ein bisschen breiter gefasst. Da geht es auch um den Dialog zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern und solche Aspekte. Die Preise sind mit einem Preisgeld verbunden, dessen Höhe von einem Kuratorium beschlossen wird. Unter anderem befinden sich darunter die aktuellen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, Doris Bures und Norbert Hofer. Derzeit liegt das Preisgeld bei 15.000 Euro. Das Geld kann auf bis zu drei verschiedene Preisträger aufgeteilt werden. Um zu zeigen, was die Verleihung eines solchen Preises für die Preisträger bedeutet, haben wir mit Mario Friedwagner gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Freien Radio Salzkammergut, das den Demokratiepreis 2016 gewonnen hat. Also wir, das Freie Radio Salzkammergut, sind eine ländliche, regionale Initiative, mitunter sehr weit weg von den Ballungsräumen, insbesondere von Wien. Und es war für uns eine große Freude, diesen Demokratiepreis verliehen zu bekommen, weil damit auch dokumentiert wurde, dass die Demokratie eben nicht nur in den Ballungsräumen, in den Plenarsälen und in den Universitäten verhandelt und weiterentwickelt wird, sondern eben auch am Land, in ländlichen Regionen. Es ist auch ein wichtiger Rückenwind bei Verhandlungen mit der Politik. Aber vor allen Dingen hat es einfach intern zu einer Stärkung des Selbstverständnisses, des Selbstbewusstseins auch geführt und auch die eigene Wahrnehmung gestärkt, dass man hier tatsächlich einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Demokratie in Österreich leistet. Und deswegen bin ich da wirklich sehr dankbar. Das freie Radio Salzkammergut hat damals ein Preisgeld in der Höhe von 5000 Euro bekommen. Das Preisgeld haben wir unmittelbar einsetzen können, denn unser Mischpult im Studio, das beinahe 20 Jahre sehr gute Arbeit geleistet hat, ist kaputt gegangen und mit dem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro war es uns möglich, ein neues Mischpult anzuschaffen. Das war ein wichtiger Finanzierungsbeitrag für die Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur. Im Studio auch letztlich und ist somit auch unmittelbar den ehrenamtlichen Redakteurinnen und Redakteuren zugute gekommen, die sich im Rahmen ihrer Sendungen für Meinungsvielfalt, Themenvielfalt und letztlich natürlich auch für Medienvielfalt in diesem Land einsetzen. Und insofern war das natürlich eine großartige Unterstützung. Derzeit ist der Demokratiepreis wieder ausgeschrieben. Wer sich bewerben will, hat immer von 15. Jänner bis 15. Juni eines Jahres Zeit. Am Ende kommen alle Einreichungen vor eine Jury, die diese Tätigkeit ehrenamtlich durchführt. In der Jury sitzen derzeit die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, der Universitätsprofessor Oliver Rathkolb vom Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien, Sieglinde Rosenberger vom Institut für Politikwissenschaften, ebenfalls an der Universität Wien und Lisa Todtsauer, Channelmanagerin von ORF1. Das fünfte Mitglied ist der Vorsitzende der Chérie, der Politik- und Rechtswissenschaftler Manfred Wehlern. Die Jury wertet die Einreichungen aus und übergibt den Vorschlag anschließend an das bereits erwähnte Kuratorium der Stiftung. Das Kuratorium ist das wichtigste Organ der Stiftung, denn hier werden die maßgeblichen Entscheidungen getroffen. Das Kuratorium besteht aus den drei Nationalratspräsidenten, dem Präsident des Bundesrats und zusätzlich kann jede im Hauptausschuss vertretene Partei ein Mitglied einsetzen. Das dritte und letzte Organ neben Jury und Kuratorium ist die Geschäftsführung, die derzeit Barbara Blümel innehat. Sie ist auch zuständig für die Organisation der Preisverleihung, die im Parlament selbst stattfindet. Es ist immer ein sehr schöner Rahmen. Dem Vorsitzenden des Kuratoriums, sprich dem Nationalratspräsidenten, ist es besonders wichtig, dass das immer ein sehr feierlicher Rahmen ist. Und für die Preisträger ist es eine zusätzliche Anerkennung, so eine Veranstaltung im Haus. Alle Preisträger, die im Sinne von Margareta Lupak ausgezeichnet wurden, finden Sie auf der Website des österreichischen Parlaments parlament.gv.at. Außerdem finden Sie dort alle Informationen zur Bewerbung für die Preise. Am 28. April 2020 hat Margareta Lupak Geburtstag und wäre 110 Jahre alt geworden. Ihr beeindruckendes Leben und ihr bedeutendes Vermächtnis in Form der Stiftung tragen bis heute zur Stärkung und Förderung der Demokratie und des Parlamentarismus bei. Wir bedanken uns, dass Sie heute mit dabei waren und sich mit uns die Geschichte von Margareta Lupak und ihrer Stiftung angesehen haben. Haben Sie Fragen, Feedback oder Vorschläge für eine neue Folge? Dann schreiben Sie uns unter podcast.parlament.gv.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020